Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute eine weitere Krypto-Vorstellung. Und man kann das noch ein bisschen spezifizieren, und zwar eine Micro-Cap-Krypto. Und zwar, du hast es im Titel schon gelesen, Singularity Net, also AGX, damals mal AGI. Das wird heute tatsächlich ein sehr intensives Video, ein Deep Dive. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass du dir das Video komplett anguckst, wenn du wirklich Interesse an der Krypto hast. Denn diese 20, 30, 35 Minuten Video, die du dir anschauen kannst, auf eineinhalb Geschwindigkeit, ist das Resultat aus 3-4 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr Recherche, Aufnahme, Videoschnitt und so weiter. Also du bekommst dir die maximalen Informationen. Wenn dir das gefällt, gerne schon mal ein Like geben, somit supportest du natürlich den Kanal. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir starten sofort rein in das Video nach dem Disclaimer. Wichtig, ich bin kein Anlagenberater. Dieses Video dient dir lediglich als Informationsquelle. Gut, da sind wir schon auf der offiziellen Seite auf Singularity Net, also auf AGX. Ich habe mir extra auch eine Liste angefertigt, damit ich hier alles schön Step-by-Step durchgehen kann. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit der Hauptüberschrift. Okay, dezentrale KI für das aufstrebende globale Gehirn. Das fasst das eigentlich schon perfekt zusammen. Dezentrale KI, kurz die Hauptaspekte, ja, dezentralisiert. Also es kann nicht von einer einzigen Organisation kontrolliert oder zum Nutzen dieser verwendet werden. Und demokratisch, das heißt eine faire Verteilung von Macht, Wert und Technologie in den Global Commons. Das spielt für mich beides so ein bisschen mit rein und auch in die Vision vom Founder. Da kommen wir natürlich aber noch später dazu. Und natürlich auch sehr, sehr zukunftsorientiert, ja. Eine KI, die die Vielfalt der Bedürfnisse löst, dann wer wir sind. S-Net, also Singularity Net, eine globale Gemeinschaft. Und die sehen das eben als eine Notwendigkeit an, dezentrale und verteilte Systeme zu ermöglichen. Wichtig natürlich auch, vollständig in den Händen der Menschheit. Das heißt, sie wollen so einen kleinen Umbruch starten vom alten System der zentralisierten Macht weg und was Neues schaffen. Eben, wie gesagt, der dezentrale Aspekt von Korrektur wird hier auf jeden Fall auch mit berücksichtigt. Gut, wir müssen natürlich sagen, Smart Contracts ist so eine Sache. Die können natürlich nur so schlau sein oder so gut sein, wie sie auch konzipiert wurden, wie der Ersteller auch war. Wenn der Ersteller da viele, viele Probleme reingebaut hat, ja, dann wird es natürlich auch problembehaftet weiterlaufen. AI ist sozusagen, also künstliche Intelligenz, der Next Step. Das heißt, es bleibt nicht statisch wie bei einem Smart Contract, sondern ist eben progressiv, es lernt mit der Zeit dazu. Das ist so die Differenzierung, die man machen kann. Wichtig auch, okay, das war natürlich schon über ein Jahr her, aber es gab einen Hard Fork. Damals gab es nämlich die AGI Token. Ich denke mal, die Old Helds werden das auf jeden Fall noch kennen. Singularity Net hat dann einen Hard Fork durchgeführt zu einem Cardano-kompatiblen AGX. Und da sehen wir hier ebenfalls nochmal ja Ethereum und ADA. Das heißt, es läuft auf mehreren Blockchain-Netzwerken. Gut, wenn ich dieses Projekt jetzt meinen Freunden vorstellen wollen würde, kurz und knapp, dann finde ich das hier sehr, sehr gelungen. Deswegen lese ich den Text jetzt mal vor und dann geht es sofort into Economics weiter. Mit einem Team, das KI-Entwickler und Robotik-Wissenschaftler angesammelt hat, wurde Singularity Net, damals noch AGI, entwickelt, um als Marktplatz für KI-Dienste zu dienen. Okay, auch wichtig, Marktplatz für KI-Dienste. Denn hier wird auch oft eine Referenz zu Amazon gezogen, auch was die Vision angeht, die über die Blockchain zugänglich gemacht werden. Von einzelnen Algorithmen und eigenständigen KI-Anwendungen bis hin zu maschinellem Lernen oder Modelltraining würden diese Dienste angeboten, um die Nachfrage nach KI in verschiedenen Gemeinschaften zu befriedigen. Wichtig auch, okay, Singularity Net, langfristig möchten sie ein Ökosystem erschaffen. Menschen sollen miteinander agieren und sich helfen, dass die KI-Dienste in einem großen Maßstab über ein dezentrales Netzwerk zu erstellen, zu teilen und zu monetarisieren. Und das ist auch die Vision, das langfristige Ziel von Singularity Net. Menschen helfen einander, Menschen interagieren miteinander. Aber diesen Charakter werden wir dann noch später genauer kennenlernen, okay? Ich würde mal sagen, wir gehen dazu in Tokenomics. Meine Meinung nach, recht wichtig zu verstehen, in welchem Markt wir uns hier befinden, okay? Das ist natürlich temporär. Wenn du das Video ein halbes Jahr später guckst oder ein Jahr später guckst, ja okay, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr dieselbe Marktphase, beziehungsweise nicht mehr dieselben Preise. Aber wichtig zu verstehen, in welchem Kontext wir uns das gerade angucken, okay? Bitcoin unter 20.000, Ethereum auf 1.300 und du siehst die Preise im Kryptomarkt. Wenn wir jetzt auf Singularity Net draufgehen, sehen wir schon der Preis 0,047 US-Dollar Cent. Das heißt, Singularity Net ist auf einem Rang 352 auf 75.000 Watchlists und hat eine Marktkapitalisierung von 52 Millionen US-Dollar. Okay, ja, das führt nicht ganz zu einer Microcap, aber ich denke mal, ja, besonders da kleine Kryptos nochmal stärker abgestraft werden können oder generell recht volatil sind, denke ich mal, kann man diese Kryptos schon als Microcap-Krypto betiteln, okay? Auch ganz schön anzusehen, die Umlaufversorgung ist jetzt bei 55%, das heißt 1,1 Milliarden AGX-Token sind im Umlauf. In der Gesamtversorgung befinden sich zum Zeitpunkt des Videos, 1. Oktober, 1,2 Milliarden AGX-Token und was ebenfalls auch sehr, sehr schön ist anzusehen, die Maximalversorgung ist bei 2 Milliarden gecappt, okay? Das heißt, es gibt nicht so viele Token davon und wenn man das mit der einhergehenden Vision sich ein bisschen in die Perspektive setzt, okay, dann ist da natürlich noch einiges möglich. Genau deswegen wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, in welcher Marktphase wir uns befinden und wenn wir uns mal den All-Time-Chart angucken, okay, dann gab es natürlich ganz am Anfang eine sehr, sehr hohe Price-Action, okay? Da waren wir bei Preisen von 1,04 Dollar circa, von 76 Dollar Cent, wurden dann natürlich extrem stark abgestraft, so ist es ja auch die Findungsphase von einer Krypto und dann sehen wir, ist sehr, sehr lange nichts passiert. Und 2018 waren wir dann tatsächlich bei Preisen, die wir jetzt auch sehen, okay, bei 0,0484 US Dollar Cent und wir haben uns tatsächlich bis 2020 nicht geändert, okay? Da waren wir dann bei Preisen von 0,02 US Dollar Cent, das heißt, hier war eine sehr lange Dürrephase, ja? Was dann passiert ist, dann gab es natürlich auch 2021 einen kleinen Bullrun für Singularity Net AGX, was uns dann auf 53 US Dollar Cent gebracht hat, wieder zurück auf 20 und dann wieder zurück auf ungefähr 60 US Dollar Cent. Warum ich das zeige, ist sehr wichtig, wir gucken uns dann nämlich auch die ICO-Jobs an und gucken uns an, welche Preise da denn verfügbar waren. Meiner Meinung nach sehr, sehr interessant. Was kann man jetzt schon mal daraus schließen? Dieser Preis sieht sehr, sehr schmackhaft aus, okay? Wir haben Preise von 2018, wenn wir weiter runter scrollen, bei Märkten, wo gibt es denn die Krypto, okay? Weil ja, es ist eine recht kleine Krypto, aber die Zugänglichkeit ist so einfach, okay? Und das liegt daran, dass es schon eine etwas ältere Krypto ist und diese Krypto ist auf Binance gelistet. Das heißt, man kann diese Krypto ganz einfach auf Binance kaufen. Ich habe es nachgeguckt, kann man machen, okay? Okay, ebenfalls auch auf Qcoin, ich denke mal, somit, besonders wenn man im kleinen Small-Cap-Krypto-Raum unterwegs ist, ja, Qcoin ist da eh eine sehr, sehr gute Option und Uniswap. Also da kann man sich auf gar keinen Fall beschweren. Gut, wir sind auf CoinGecko, die einzige Information, die wir hier jetzt noch brauchen, ist das All-Time-High und das All-Time-Low. Das All-Time-Low ungefähr vor zwei Jahren. Es sind aber ebenfalls auch nur einmal 5, ein 5x, das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt absolut, absolut günstig. Und das All-Time-High war vor vier Jahren am 28. Januar zu 95 US-Dollar-Cent und zwar eben direkt am Anfang, ja. Gut, kommen wir zur letzten Information, die wir benötigen, um mal wirklich zu verstehen, wie günstig diese Krypto momentan ist. Wichtig natürlich, keine Anlagenberatung. Bitte trifft da deine eigene Entscheidung. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt, also auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe für euch jetzt noch eine sehr interessante Seite rausgesucht und zwar ICO Drops, Singularity Net. Und da sieht man auch zum Beispiel die Interesse, ja. Medium, das heißt, es war nicht mal so uninteressant, ja. Kategorie natürlich Artificial Intelligence, also AI. Das Ziel waren 32,8 Millionen im Initial Coin Offering. Und das haben sie natürlich auch geschafft, 100 Prozent, gehen wir da mal drauf. Und hier wird es tatsächlich auch sehr interessant, okay. Wenn wir nämlich mal runterscrollen, dann sehen wir Ticker AGI damals noch, Token Type ERC20. Und der ICO Token Price war tatsächlich 0,1 US-Dollar. Hier, wenn wir mal etwas zurückgehen, dann sehen wir tatsächlich, wir sind über die Hälfte günstiger. Wir sind über die Hälfte günstiger als beim ICO Drop. Was schon, und das müssen wir uns mal vorstellen. Beim ICO Drop hast du verschiedene Restriktionen, okay. Du darfst nur so und so viel kaufen, wie wir es hier sehen. Personal Cap, 5 Ethereum. Und jetzt haben wir eben die freie Verfügbarkeit, haben keine Restriktionen und einen deutlich günstigeren Preis. Okay, wie wird der AGIX Token in das Ecosystem mit eingebunden? Hier haben wir die Antwort. Und zwar erstens kann man es natürlich staken, das heißt Einsatz. Man kann somit die Plattform Liquidität bereitstellen. Ich denke mal, das ist vollkommen klar. Und dadurch gibt es eben doch einige Prozente. Ebenfalls gibt es auch Ökosystem-Airdrops. 5% der Token aus allen Singularity-Net-Token-Spin-Off-Projekten gehen an die AGIX-Token-Inhaber. Dann gibt es auch verschiedene Fonts. Also die gemeinschaftsorientierten Finanzierung für die Entwicklung vorteilhafter dezentraler KI-Dienste. Gucken wir uns ebenfalls auch gleich nochmal an. Und dann gibt es noch das Dienstleistungsprogramm. Dezentraler KI-Marktplatz-Transaktionen. Globaler Zugang zu den KI-Diensten. Das heißt, da ist noch einiges. Ebenfalls auch Multi-Chain-Token. Ja, und ganz klassisch, die Governance-Abstimmung. Das heißt, die AGIX-Inhaber beteiligen sich ja in einer Erhöhung der Governance-Entscheidungsfindung. Inhalt natürlich der Singularity-Net-Organisation. So, wir kommen jetzt zu Twitter. Und wir können schon mal festhalten, das ist eine Krypto. Wir sehen ebenfalls, ja, Joint Oktober 2017. Okay, das heißt, wir sind hier schon lange dabei. Wir sind bei einer Krypto gerade auf recht günstigen Preisen. Wir haben sehr starkes Potenzial. Wenn wir zum Founder gucken, denke ich mal, gehen einige Sorgen ebenfalls weg. Also, so weit sieht das doch schon mal ganz gut aus, oder was sagt ihr? Gut, auf Twitter haben sie 77,5 Tausend Follower. Also, natürlich noch recht klein, ja. Aber sie sind tatsächlich auch sehr aktiv. Denn wenn man momentan so eine günstigen Preise sieht, und das ist ebenfalls wichtig zu sehen, die Social-Media-Präsenz. Wie viel passiert da? Wie hart arbeitet das Team? Denn wenn man natürlich 95 Prozent vom Alltime High entfernt ist, dann muss man natürlich auch gucken, okay, woran liegt das? Liegt das am Markt? Liegt das daran, dass das Team nicht ordentlich arbeitet? Und hier können wir tatsächlich sehen, ja, sie sind sehr aktiv. Hier werden Reden gehalten. Hier sehen wir auch schon den Founder. Und hier kann man sich tatsächlich nicht beschweren. Hier wird das Projekt vorangetrieben. Und hier sehen wir auch ein Close-Up vom Founder, den Ben Gürzel. Und man sieht tatsächlich auch, der lebt, was er arbeitet. Künstliche Intelligenz. Dann würde ich mal sagen, wir kommen schon zu dem Founder, ja. Ben Gürzel hat 50.000 Follower 2008 gejoined. Und natürlich, man sieht hier auch weiter, hier bestätigt sich die These, der Mann ist ein Fachmann. Okay, wir gucken uns kurz das Team an. Und zwar Dr. Ben Gürzel und Dr. David Hansen, CEO und der Co-Founder, und das Executive Team. Okay, das besteht dann aus vier weiteren Personen. Und dann gibt es noch drei Advisor. Das heißt, das ist ein recht kleines Team. Da habe ich ebenfalls auch schon Krypto-Organisationen gesehen, wo deutlich, deutlich mehr und ein deutlich größeres Team dahinter steckt. Hat aber auf jeden Fall nichts Negatives zu bedeuten. Deswegen ist es aber so wichtig, dass wir uns jetzt ein bisschen genauer mit dem Founder beschäftigen. Und da gibt es beispielsweise LinkedIn, eine gute Plattform, wo man sich darauf berufen kann, weil man die Kenntnisse hier auch bestätigt, okay, durch andere Personen. Das heißt, es gibt noch mal ein bisschen mehr Trust. Und wenn wir hier schon drauf gehen, der Founder, Main Focus ist Singularity Net. Berufserfahrung, der CEO von Singularity Net, aber auch ein Chairman in der Open COG Foundation oder tatsächlich auch ein Chairman in der Artificial General Intelligence Society, wo er schon über zwölf Jahre ist. Das heißt, er bringt viel Berufserfahrung mit. Ebenfalls auch Chief Scientist und sonst was. Also wir können hier uns weiter durchklicken. Alle Links sind auch unten in der Beschreibung. Ich will das nicht zu sehr ausreizen, denn ich versuche hier auch so viel Mehrwert wie möglich zu geben, okay. Wichtig ist zu wissen, dass er hier sämtliche Ausbildungen genossen hat, wie bei der Temple University, also ein PhD in Mathematik 1978. Ebenfalls natürlich auch in der New York University und Barth College als Simons Rock. Und wenn wir hier ein bisschen weiter runter gehen, dann sehen wir tatsächlich auch, okay, es gibt sämtliche Empfehlungen von vielen Personen, die sagen, wow, der Mann ist einzigartig, der Mann weiß, was er tut. Rare and impressive. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn wir mal weiter gehen, David Hanson, Founder, CEO of Hanson Robotics, 17 Jahre Berufserfahrung, Founder für Awakening Machines Non-Profit. Soweit ich weiß, ist Singular Internet ebenfalls Non-Profit. Wer noch mehr wissen will, Wikipedia steht auch recht viel drin. Ansonsten würde ich sagen, wir haben das Founding-Team und das generelle Team abgehakt. Das ist ja auch immer sehr wichtig, dass es nicht irgendwelche dahergelaufene Leute sind oder dass man vielleicht überhaupt nicht sieht, wer denn das Founding-Team ist. Hier ist alles transparent einsehbar, also keine Red Flags, keine Mängel hier festzustellen. Gut, dann wie wir es kennen, gibt es natürlich auch White Paper. Wir werden hier überhaupt nicht drauf eingehen, denn wenn man mal etwas weiter runterscrollt, dann sehen wir natürlich, es sind 85 Seiten, aber natürlich auch unten verlinkt, wenn du dich darüber informieren möchtest. Kommen wir mal zu dem Marktplatz und hier sieht man, ja, das ist ein dezentraler Aspekt. Hier kann jeder was rein implementieren sozusagen. Wir kommen auch gleich immer zum Deep Funding, das gehört da auch nochmal dazu und die Nutzer bewerten das. Okay, das passiert auf einer dezentralen Ebene. Das ist einfach eine user-optimierte Plattform, aber natürlich auch ein bisschen Marketplace für AI, natürlich ein bisschen vergleichbar mit Amazon, ja, natürlich nur im AI-Sektor. Das ist ja auch so ein bisschen die Vision von dem Ben Gürzel. Und dann gibt es beispielsweise Funktionen wie Real-Time-Voice-Cloning, okay, und dann sieht man natürlich auch, okay, vieles wird hier tatsächlich auch gar nicht so gut bewertet. Es ist aber auch ein Thema, was sehr, sehr zukunftsorientiert ist und man könnte das möglicherweise auch als Grundstein sehen. Aber dann gibt es auch weitere Funktionen, die hier ein bisschen besser funktionieren. Die wurden bisher nur einmal geratet, aber es ist eben ein Marktplatz, ja. Und hier gibt es auch noch sämtliche weitere Funktionen, Minecrafting-Service, Image-Capturing, Printed-Text-Recognition oder Deodifying-Photos, was hier beispielsweise schon öfter reviewed wurde. Also da gibt es auf jeden Fall einige interessante Funktionen, einige interessante Optionen, auch sowas wie Alpha-Zero-Chess beispielsweise, Image-Segmentation. Ich lasse euch den Link auf jeden Fall unten, dann könnt ihr euch da aber auch ein bisschen weiter belesen, wenn ihr das möchtet. Okay, wir haben schon recht vieles abgehakt. Das Deep-Funding komplementiert unser Wissen jetzt noch. Das war, wir sehen, get monetized, get funded, get launched. So ist das Prinzip. Das heißt, du bekommst natürlich auch Support, ja. Du wirst unterstützt, wenn du hier in diesem Marktplatz hier eintreten möchtest. Hier wird nämlich speziell nach KI und App-Entwicklern gesucht. Wichtig zu wissen ist ja, kann jeder teilnehmen von der Einzelperson bis hin zu einem großrenommierten Unternehmen. Hier wird nicht selektiert, denn es ist ein gemeinschaftsorientiertes Programm. Die Token-Inhaber entscheiden, welches der eingereichten Projekte vergeben wird. Und die Beteiligung der Gemeinschaft bedeutet natürlich auch, konstruktives Feedback zu dem Vorschlag zu erhalten. Und es wird geholfen, mehr Aufmerksamkeit für das Projekt zu erhalten, indem man beispielsweise Social-Media-Kanäle nutzt. Okay, also von der Community auf für die Community kann man sagen. Und hier sehen wir tatsächlich auch Deep-Funding-Einreichungen, beantragte Finanzierung 150.000 US-Dollar und so funktioniert der ganze Spaß. Okay, du siehst, es sind sehr, sehr viele Informationen verpackt. Plus dazu natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Quellen, sehr, sehr viele verschiedene Medien und Beiträge. Deswegen, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, gerne einen Like geben, somit supportest du die Arbeit. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ganz schnell die Newsroom an. Dann haben wir nämlich hier so gut wie alles durch. Und da sehen wir tatsächlich auch, ja, hier sieht man auch fast schon das Gesicht der Firma. Neben dem Founder natürlich war auch in der New York Times. Aber wir gehen auf den gleichen Beitrag bei TechCrunch. Denn da kann man nämlich tatsächlich auch das durchlesen. den menschenähnlichen Roboter. Das sieht tatsächlich sehr gruselig aus, muss ich ehrlich sagen. Und das ist nicht nur meine Meinung, das ist generell die Ansicht von vielen Menschen. Je menschenähnlicher ein Roboter ist, desto komischer ist das. Und ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, so einen Roboter im Raum hier laufen zu haben. Ja, aber das ist eben die Zukunft. Und wer weiß, vielleicht denken wir als Menschen in zehn Jahren anders darüber. Ja, nochmal ganz wichtig, okay, wie funktioniert der Marktplatz? Es gibt, und da trennt er sich auch ganz klar von dem Amazon-Marktplatz, sagt, das, was wir hier schaffen, ist ein dezentraler Marktplatz, eher wie BitTorrent. Das heißt, es gibt keinen zentralen Diktator, der entscheidet, was da reinkommt. Das heißt, jeder kann eine KI online stellen. Und jedes Unternehmen, das die KI als Service benötigt, kann sie einfordern. Das heißt, zukunftstechnisch, natürlich nicht nur im Raum eines jeden Individuums, nein, natürlich auch besonders bei Firmen. Absolut wichtig, wenn wir uns mal vorstellen, wie viele Arbeitsplätze ausgetauscht wird, ja, durch Roboter, durch Maschinen, dann können wir, denke ich mal, uns auch ausmalen, ja, natürlich gibt es hier genug Markt dafür. Ja, dazu brauchen sie die Blockchain, damit dies auf einer dezentralen Peer-to-Peer-Art getan werden kann. Peer-to-Peer-Software ist zuverlässig und nicht leicht hackbar. Und da auch die Abgrenzung, ja, BitTorrent beinhaltet beispielsweise keine Zahlung oder eine Identitätsverwaltung oder eine so hohe Sicherheit. Deswegen wird es eben auf der Blockchain gemacht. Und das Coole an dem System ist, die Entwicklung einer KI muss nicht massentauglich sein. Es kann auch ganz speziell in eine Richtung gehen, wie beispielsweise hier, dass der Service, dass die KI nur für Kaffeebauern in Afrika nützlich ist. Das heißt natürlich, für viele Menschen ist es uninteressant, aber eben für die kleine Nische, wie die Kaffeebauern sehr, sehr wertvoll und deswegen wird das trotzdem Bestand haben. So funktioniert der Marktplatz und natürlich auch Angebot und Nachfrage. Und was auch wichtig ist, wenn du ein Projekt hast, dann kannst du da selber für verantwortlich sein, dann kannst du das selber zum Wachsen bringen. Denn oftmals ist es so, wenn Studenten beispielsweise eine gute Idee haben, ja, dann wird die aufgekauft und dann wird das Projekt oftmals verschwinden. Hier ist es so, dass die Hersteller davon profitieren, wenn sie das auf den Marktplatz geben und müssen das Startup nicht an ein Unternehmen verkaufen. Denn sie können es einfach auf Singularity Net stellen und kann von Unternehmen gefunden werden, die das da wirklich brauchen und wirklich benutzen. und dann werden sie dafür bezahlt, ohne Mittelmann. Und abschließend, das ist eine sehr, sehr große Vision, schau, Amazon ist alles, was ich sagen kann. Und damit können wir das, denke ich mal, auch verlassen, diesen News Report. Okay, der News Report war natürlich auch von einer recht langen Zeit her, 22. Dezember 2017, aber im Grundkontext hat sich ja nichts geändert. Okay, wir sind hier bei der Roadmap und eine einzige Sache interessiert uns sehr stark, die Plattform Blockchain Improvements. Das heißt, Staking Smart Contract wurde geändert in eine more gas efficient way, indem es nämlich ebenfalls auch auf Cardano läuft. Die Information hatten wir ja schon vorher. Ansonsten, wenn wir hier auf LinkedIn, auf Singularity Net gehen, sehen wir ebenfalls, ja, hier wird tatsächlich auch was gemacht, vor sieben Stunden gepostet, vor einer Woche gepostet. Das heißt, wir kommen jetzt zur Zusammenfassung. Gut, somit kommen wir natürlich hier zum Fazit, zu meinen Schlussworten. Und zwar muss ich ehrlich sagen, wir haben jetzt jetzt so viele Informationen angeguckt. Vorab, wenn du bis hierhin drangeblieben bist, gerne Hashtag bis zum Ende reinschreiben. Ich bin sehr gespannt und das war natürlich ein sehr informatives Video, ein sehr vollbepacktes Video mit Informationen. Ich hoffe, du konntest daraus einen Mehrwert ziehen. Wir haben uns gefühlt alles angeschaut. Wir haben uns die Social Media Kanäle angeguckt. Wir haben uns die Vision angeguckt. Wir haben uns angeguckt, okay, was kann denn Singularity Net? Was ist das Ziel? Wer ist der Founder? Wie groß ist das Team? Wie kompetent ist der Founder? Was hat er für Hintergrundinformationen in dem Themenbereich? Und ja, er hat viel Information in dem Themenbereich schon gesammelt. Er ist da seit langer, langer Zeit dabei, genau wie der Co-Founder. Wir haben uns angeguckt, wo man diese Kryptowährung kaufen kann auf Binance, ganz einfacher Zugang. Binance, meine top Krypto-Plattform. Deswegen auch immer erster Link in der Beschreibung, weil die Fees einfach absolut günstig sind und man dann noch mal 10% spart an Fees. Also, was soll man dazu noch weiter sagen? Wir haben uns das White Paper Marker uns angeguckt und wissen, okay, 85 Seiten. Wir haben uns den Marktplatz angeguckt, das Deep Funding Projekt. Alles in allem muss ich sagen, ich finde, das ist ein sehr komplementiertes Konzept. Es gibt sehr, sehr viel Potenzial zu holen. Die Frage ist natürlich, wie viel Potenzial wird hier ausgeschöpft? Und die Frage ist, ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt für AI oder sind wir vielleicht sogar noch zu früh? Denn man sagt ja auch ganz gerne, in Blockchain sind wir noch zu früh, okay? Wir sind nicht so spät, wir sind zu früh. Und wir sind natürlich am Anfang, auch in Krypto sind wir am Anfang, wenn wir mal sehen, wie zukunftstechnisch das ist. Und AI ist natürlich noch mal ein bisschen weiter gedacht als ein Smart Contract. Deswegen gibt es natürlich viel zu holen, aber natürlich auch viel Risiko. Es ist eine kleine Small Crap Krypto, ja? Ich für meinen Teil kann sagen, das Projekt finde ich sehr interessant, sonst hätte ich hier kein so ausführliches Video gemacht, kein Deep Dive gemacht. Wir haben jetzt alles durchgearbeitet, die komplette Liste, alle Quellen sind unten in der Beschreibung. Wenn dir das gefallen hat, gerne einen Like geben, somit supportest du die Arbeit, die hier gemacht wurde. Ich hoffe, das war alles verständlich für dich. Ansonsten auch gerne deine Meinung zu der Kryptowährung. Da wird ja momentan nicht viel drüber geredet, warum, weil der Preis momentan nicht sonderlich stark ausschlägt. Wir sehen aber auch, diese Kryptowährung hat zwei Jahre lang auf einer Seitenlinie verwahrt. Ich für meinen Teil bin durch. Wenn dir das Ganze gefallen hat, auch gerne ein Abo da lassen. Wir machen sowas nämlich öfter. Wir gucken uns öfter mal verschiedene Kryptowährungen an, stellen die vor. Wir machen auch weitere Deep Dives, zu gewissen Kryptowährungen gerne mal vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out.